Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man bei Windows 10 die Taskleiste in die Mitte verschieben kann, damit es einfach schöner ausschaut. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal möchten wir in unserer Taskleiste diese Suchzeile hier unten entfernen, das Cortana-Symbol und auch auf der rechten Seite zum Beispiel jetzt dieses aufgeladen Zeichen, da das Ganze uns natürlich nachträglich nicht wirklich optisch gefällt. Hierfür einfach mal einen Rechtsklick mit der Maus auf die Taskleiste machen, dann können wir auch schon hier oben nämlich den Punkt suchen sehen, im Moment wird das Suchfeld noch angezeigt, ich möchte es aber ausgeblendet haben und das Suchfeld ist auch schon weg. Für Cortana gehen wir ähnlich vor, wieder einen Rechtsklick hier unten machen, da ist so ein kleiner Haken, Cortana-Schaltfläche anzeigen, klicke ich jetzt auch einfach mal drauf und auch schon dieses kleine Symbol ist verschwunden. Auf der rechten Seite schaut das Ganze etwas anders aus, hier können wir jetzt nämlich einfach mal diesen aufgeladen Button mit der linken Maustaste gedrückt halten und somit auch verschieben und da auf der linken Seite sehen wir diesen kleinen Pfeil, wo sich anschließend auch alles andere drin befindet. Hier lasse ich also los und schon sehen wir, aufgeladen ist auch in diesem kleinen Mini-Ordner. In meinem Fall schaut es auf jeden Fall schon übersichtlicher aus und jetzt möchten wir das Ganze natürlich noch in die Mitte reinbringen. Wieder einen Rechtsklick auf die Taskleiste drauf machen, dann bei alle Taskleisten fixieren, einmal drauf klicken, dass der Haken hier auch wieder verschwindet. Wieder einen Rechtsklick drauf machen, hier oben auf Symbolleisten und dann können wir nämlich auch schon links sehen. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf und schon erscheint hier unten rechts nämlich so dieses Links und zwei solche kleinen Striche. Die kann ich jetzt mal mit meiner Maus wieder mit der linken Maustaste gedrückt halten und ganz links rüber ziehen, so dass meine Symbole jetzt auch dementsprechend verschwinden und auf der rechten Seite hier drüben wieder langsam zum Vorschein kommen. Auch hier sehen wir jetzt zwei solche kleinen Striche neben unseren Symbolen und wenn ich da wieder mit der linken Maustaste drauf klicke, kann ich nämlich meine Symbole hier unten mal dementsprechend verschieben, wie ich lustig bin. Jetzt ist natürlich die Herausforderung, wie wir das Ganze in die Mitte hineinbekommen. Ich empfehle hier einfach mal zum Beispiel den Texteditor zu öffnen, dann diesen einmal mit der linken Maustaste gedrückt ganz links dagegen halten und schon wird das Ganze nämlich halbiert und wir können genau sehen, dass hier unsere Mitte ist. Dementsprechend mache ich jetzt einfach mal den Explorer noch hier schön mittig rein, das passt auch schon und wir können weitermachen. Damit es etwas übersichtlicher ist, schließe ich natürlich meinen Texteditor wieder und jetzt stört mich aber hier unten noch das Wort links. Hierfür einfach mal einen Rechtsklick genau darauf machen, dann kann ich auch schon auf Text anzeigen mal draufklicken, anschließend nochmal einen Rechtsklick mit der Maus und auf Titel anzeigen und schon ist das Ganze nämlich auch verschwunden. Zum Schluss müssen wir noch einen Rechtsklick mit der Maus auf unsere Taskleiste machen, dann wieder alle Taskleisten fixieren und wir können nämlich auch schon sehen, dass jetzt dementsprechend diese zwei kleinen Striche überall verschwunden sind. Und somit haben wir jetzt auch schon unsere Taskleiste in die Mitte verschoben, was bei Windows 10 aber leider im Moment für einen zweiten Bildschirm noch nicht machbar ist. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.